hallo aufnahme läuft körperscreening mir ist heute etwas aufgefallen aber ich jetzt gegebenenfalls auch das hier war gestern abend noch nicht da ich habe das auch erst gesehen am nachmittag wo ich nach dem arzt war wieder da aber gestern beim körperscreening war das nicht da wir haben jetzt so viel uhr und dann kann man sehen oder noch nicht und wie weit wird der orientest hat er wie weit schon wieder bewiesen heute dann war meist nur hinten läuft die kamera das licht bleibt an die ganze nacht und dieses hier auch schon war es dort kann man sehr gut erkennen ob man sich hier bewegt und selbst wenn ich hier bin ja wo soll ich mir da eine spritze ran hier der tobias ring hat heute das zimmer hier oben alles unter dem bett unter der matratze auch nichts hat er auch das pflegepersonal hier heute die matratzen und so weiter und hat auch meine ersten pizza kartons weggeschmissen dieser hundes und ich habe ihn hundes und genannt und bastard und missgeburt oder was damit um es lachte die missgeburt also auch die missgeburt aber ja das sind die deutschen ich meine auch wenn bayern dazu wird aber auch noch erwähnt dankeschön das war das tourette prinzip mit dabei habt ihr gehört genau die missgeburt aber ja und b den bastard auch und c ja kennt wer nicht dankeschön